Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. So, wir sind hier wieder auf der Insel Finstergram. Ich frage mich allerdings, ob ich tatsächlich hier sein möchte. Oder nicht, lieber woanders. Denn, ich möchte mich noch ein bisschen weiter skillen. Die Entscheidung habe ich jetzt getroffen. Ich bin momentan als Streicher. Als Streicher und da habe ich Status. So, Streicher bin ich durch. Also, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Weil ich damit auch die letzten Fähigkeiten dann freigeschaltet habe. Ich möchte aber auch... Also, es geht um die passiven Fähigkeiten. Jede Stufe hat ja auch so ihre passiven Fähigkeiten. Oder alle paar Stufen hat jeder Beruf, jede Laufbahn ihre passiven Fähigkeiten. Und je mehr man davon freischaltet, umso mehr kann man später kombinieren. Und eine gibt es, die ich unbedingt freischalten möchte und die habe ich nicht. Und das ist nämlich vom Krieger die Fähigkeit der Stufe 5, dass er mehr tragen kann. Ich finde, das ist wichtig. Deshalb möchte ich unbedingt den Krieger... Ich bin da zur Zeit auf Stufe 4... ...auf Stufe 5 aufleveln. Bevor ich etwas weitermache. Und die Frage ist natürlich, wo level ich auf? Auf dem Hauptland, Hauptkontinent? Oder hier in Finstagramm? Möglicherweise geht es in Finstagramm hier etwas schneller. Wenn es alles gibt, sage es. So, Laufbahn wechseln. Zum Krieger. Nein, nicht zum Krieger. Nein, halt, halt, halt. Doch, zum... Zum Kämpfer. Der Krieger will ja Zweihandwaffen. Ich möchte Kämpfer. Da habe ich schon Rang 4, wie ihr seht. Und die anderen habe ich maximal Rang 1. Assassine habe ich natürlich auch schon voll ausgebaut. Und ich werde wahrscheinlich später wieder zurückswitchen zum Assassinen. Und möglicherweise einfach mal nicht hauptsächlich auf Fernkampf gehen, sondern auf Nahkampf. Dazu muss ich dann aber andere Skills wählen. Kommt aber dann, wenn es kommt. So, erstmal wieder Kämpfer. So. Ausrüstung wechseln. Ja. Was für Ausrüstung? Nehmen wir denn da mal. Okay, also Kämpfer braucht ein Schwert. Breitschwert. Was haben wir denn da? Krummschwert. Nein, ich möchte eigentlich mein Colored Block. Goldenes Bastardschwert. Schwert. Nein. Oder hat das... Hm. Kann natürlich sein, dass das Brienne gerade hat. Das ist sogar sehr gut möglich, dass sie es hat. Das ist sogar sehr gut möglich. Na gut, er wird aber trotzdem ein Schild brauchen. Was haben wir denn da zur Auswahl? Zeichen der Chimäre. Zeichen der Chimäre. Fiederleichte Pelter. Schimmernde Tatsche. Details. Ein Schild aus dem seltenen Erz des Eisberges liegt hervorragend in der Hand. Für die fähigsten Ritter. Der Schild der Wahl. Ja, aber besondere Fähigkeiten hat das Ding nicht. Eisenschild. Nein, Eisenschild nehmen wir nicht. Okay, nehmen wir erstmal die schimmernde Tatsche. Und dann gucken wir mal, was Brienne noch hat. Und ob wir uns nicht möglicherweise da bedienen. Federleichte Pelter. Ja, die hat den... Ja. Okay. So. So viel mal dazu. Ja, ich bin der Mann, die Schwerter sind bei Brienne. Da sind sie auch. Kalatblock und noch ein Kalatblock. Vielleicht... Ja, ich nehme mir das Schwächere und das Stärkere behält sie. Äh, nein, halt. Ausrüsten. Geben. An mich. Danke sehr. Und sie hat Drachenhort. Aha. Sengende Pelter. Ah, was war denn das nochmal? Ein kleiner Schild, der verzehrende Hitze ausstrahlt. Wenn er der Luft ausgesetzt wird, sein Feuerzauber wird die Sonne überdauern. Aha. Vielleicht sollte ich die Sengende Pelter nehmen. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier noch den Paradiesjüter und den Leichenbiss. Oh, der Leichenbiss, der ist echt hammerhart. Ich gebe ihr mal den Leichenbiss. So, soll sie den mal benutzen, eine Weile. Und gucken wir mal, was wird. Okay. Weiter zu mir. Weiter zu mir. Kopf. So. Und dann... Mach's das auch schon, was den Kopf angeht. Rüstung. Den kann ich anziehen, also werde ich ihn anziehen. Hm, den kann ich nicht. Eiserne Lorica. Schade aber auch. Was haben wir denn noch so? Schauriger Knochenpanzer. Also, krass sieht er natürlich schon aus. Purpur-Harnisch. Ich müsste mal gucken, ob ich die irgendwie verbessern kann noch. Was haben wir noch? Also, Abwehr 355, 346. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier herumdödeln, denn... Ich möchte ja nicht allzu lange... Kriegkämpfer bleiben. Ich möchte ja nur eine Stufe aufsteigen mit ihm. Ich trache. Nichts. Ich muss die Frage ohne��igen. Ich werde das seit Jahr. Das war jetzt. Ich mache das Ding. Wenn ich das nicht. Ich habe etwas falsch. Ich finde von2000 aus. Ich mache das eerste. Ich mache das Frühbaser. Ich glaube, ich entscheide mich für den etwas leichteren. Mal kurz Details angucken. Stichwiderstand ist nicht so toll, aber... Irgendwas ist immer. Soldatenunterkleid. Ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich ablegen müssen später ins Lager. Die können wir nehmen, dann ist das auch gut. Unsere Hose können wir benutzen. Schmuck. Ring des... Ja, wir sind kein Streicher mehr. Ring des Schwertmeisters. Ja. Und das Ding. Das war's. Das war die Ausrüstung. Fertigkeiten festlegen. Das ist natürlich auch wichtig. So, und dann erstmal... Erlernen. Können wir hier irgendwas noch verbessern? Nein, im Moment nicht. Schildsturm. Okay, Schild habe ich gar nichts gemacht hier. Schildangriff. Erzeugt ein Schildhieb mit geringer... Und so weiter und so fort. Schildsturm. Verbessert. Wie viele Punkte habe ich denn? Trommelfeuer von Schildschlägen. Wirbelnde Stichangriffe. Beckenschlag. Behüdelnde Stachel. Behüdelnde Stachel. Wollen wir... Auch nicht. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir... Nichts. Gut. Ja. Fähigkeiten festlegen. So. Schwert. Vollmondhieb, Stoßexplosion, Geweihschleuder. Was haben wir denn hier noch so zur Auswahl? Tiefer Schnitt. Ein verbesserter, großer Schnitt, der... Zurück. Okay. Himmelshieb. Eine verbesserte Form von Himmelswert, der ständig weitere Angriffe folgen. Geweihschleuder. Fleischspieß. Stößt das Schwert in den Gegner, nagelt ihn an Ordnungsstelle fest. Aha. Sicher. Entzieht euch dem Angriff und holt zu einem vernichtenden Schlag aus. Wird noch stärker, wenn als Ausweichmanöver eingesetzt. Okay. Donnerexplosion. Eine verbesserte Form von Donnerschlag. Mit ihr kann man zweimal zuschlagen. Größere Kraft und Reichweite. Ich muss mal so ein bisschen ausprobieren, was die überhaupt sind. Ich glaube, der Sicherheitssieb ist schon interessant. Stoßexplosion, Donnerexplosion, Vollmond-Tief. So. Okay. Schild. Schildruf. Nutzt als Krachmacher. Ne. Dann nehmen wir lieber die Beckenattacke. Eine erweiterte Form von Beckenschlag, die den Angriff... Okay. Wieso? Schildsturm. Verbesserter, schnellerer Schildangriff, der den Zeitraum verkleinert. Okay. Und hier nochmal behüteter Stachel. Und was habe ich hier? Beinstärke, Giftigkeit. Bollwerk. Bewusstsein, Vorrecht. Ich möchte... Blut... Blutdurst. Blutdurst. So. Gucken wir mal, ob wir was einlagern können. Was ist das hier? Juwel der Finsternis. So. Das brauchen wir natürlich jetzt nicht alles, ne? Drachenzorn. Rostiger Bogen. Sengende Pelter. Hm. Okay. Das soll reichen, erst mal. Jetzt nochmal kurz gucken. Haben wir auch alles angezogen. Das mache ich aber nicht hier, sondern hier. Ausrüstung. Ja, die schimmernde Tartsche hat natürlich viel mehr Magieabwehr als die sengende Pelter. Deshalb, wir werden die nehmen und die Tartsche ins Lager zurückpacken. So, was sagt die Zeit? Oh, die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Wir haben doch keine Zeit. So. Und jetzt würde ich mal sagen... Machen wir uns mal... Ach nee, Moment. Erst mal austesten, ne? So. 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 Jetzt die Angriffe. Ah, okay. Das habe ich begriffen. So. So. Ja, sowas machten immer diese blöden Rüstungen, ne? Okay, ich glaube, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, wie das Ganze hier so abgeht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht die Geweihschleuder weg und dafür den Stoßangriff? Ach was, das passt schon. So. Kommt her, meine Mädels. Wieso laufe ich jetzt hier ran lang und nicht ganz tief nach unten ins Gewölbe? Ganz einfach, weil ich natürlich ein bisschen leveln möchte und nicht unten im Gewölbe mich zusammenschnitzeln lassen möchte. Was jetzt ja mit Sicherheit passieren würde. So, Sprengpfeil brauche ich nicht. Ich muss ein bisschen noch üben mit den Fähigkeiten. Wahrscheinlich wäre es ganz gut, so anzufangen. Erst mal zurück, dann zack. Dann. Wenn ich dann da bin, so. Und dann so. Ich glaube, das ist eine gute Kombo. Wir werden sehen, was davon zu halten ist. Jetzt gleich bei den Wölfen. Und hier mit, genau, hier mit Schild. Die Moonlight lends this place an otherworldly für you. Vorg ahead. Not now, there's a wicked benefit. Think well before striking. Take care, you aren't poisoned. I will protect you. Ready the Midtredate. Their body brings poison. Don't worry, I'm here. Water is useless. Au. The struggle is the best to come. Irgendwie, die Kombo, die ich mir ausgesucht habe, funktioniert nicht so gut. Aber... Ach so. Halt. Ich wollte dich nicht. Ich wollte doch das hier. Ja, ich brauche irgendwie noch so eine Art Schildsturm. Oder so eine Art Sturm. Also der hier ist noch nicht so toll. Und den Schild, äh... Fähigkeiten muss ich wahrscheinlich auch noch mal... Nochmal üben. Außerdem sollte ich mal ein bisschen Licht machen, ne? Im Dunkeln ist zwar gut munkeln und kuscheln und so, aber... Wir wollen jetzt hier nicht kuscheln. Wir wollen Stress. Und da unten ist wieder Party, ne? Ja, klar. Da unten ist Party. Es gibt übrigens einen zweiten Grund, weshalb wir hier lang gehen. Und zwar... Ah, Finstergram Set. Das darf irgendjemand nehmen, nur nicht ich. Ich bin nämlich schon ein bisschen schwer beladen. Ja, ja, ihr dürft, ihr dürft, ihr dürft. Da lang, hier. Genau. Will ich das keiner nehmen? Na gut. Später müsst ihr das trotzdem tragen. Ich sag's ja nur. Balsam-Duft-Wasser. Wollt ihr das nicht nehmen? Was seid ihr für... Für faule Mädels? Hier, da. Da. So, hier sind blöde Schlangen. Und ich glaube, Spinnen. Aber es scheint, dass dieses Platz nur zu denjenigen, mit einem Tide, mit dem Wurm. Ich nehme das. Was ist das? Cyclops! Cyclops! Genau. Ob, Goblin! Ob, Goblin! Ob, Minimal-Foen! Ob, mein Gott! Ein Bremen-Tit! Ein, ein was? Oh. Irgendein fieser... Hierher. Komm mal, komm mal her. Ich möchte mir das von oben angucken. Halt mal, ich werde da kurz sein. Ich, ich, ich will mal gucken, ob die sich gegenseitig bekämpfen. Also zum Beispiel der Zyklop und dieser blöde... Wolf oder Vark oder... Okay, also irgendjemanden macht er da gerade platt? Ah. Ah, doch, sie möge sich nicht. Oh. Ist Brienne da gerade? Ne, Brienne ist hier. Oh. Der Wolf kommt. Ich glaube, der Wolf kommt. Kann ich eigentlich auf ihn rauf? Kann ich. Ich glaube, das ist ein... Ich bin. Ich bin. Ich bin. wo ist er irgendwie ist er in der mauer verschwunden ach da ist er Alles schön mitnehmen, Mädels. Alles schön mitnehmen. Ja, schön. Riftkristall. So. Jetzt machen wir noch die anderen Gegner platt. Wäre ja gelacht. Jetzt wäre es ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Einmal ganz kurz gucken. Ich habe genau, was ich gucken wollte. Das wollte ich gucken. Aufträge. Denn ich soll ja fünf von diesen töten. Ich weiß es jetzt nicht genau. Bezwingt fünf Garme. Insel. Finstergramm, obere Ebene. War das jetzt ein Garm? Drei von fünf habe ich. Panzer, Handschule und Sterblichkeit. Hätte ich dann natürlich ganz gerne. Entweder für mich oder für die liebe Brienne. Cyclops! Oh, brennt mein Schild hier? Oder äh... Ja, wie geil. Ich kann die mit dem Schild anzünden. Das wusste ich ja bisher noch nicht. Oh, der hat sich die Keule wieder geschnappt. Ah, der brennt. Ah, das Schild ist ja richtig gut. So, Mädels. Dann, äh, bitte alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Nichts liegen lassen. Was ist das? Das sieht interessant aus. Was ist das? Was ist das? So, habt ihr jetzt alles mitbekommen? Ja, ne? Okay, 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 okay. Schön. Es kann weitergehen. Wirksamer Grünlattich. Oh, die wirksamen Grünlattiche. So, äh, Schiefer, Graues Horn. Möchte das niemand nehmen? Dann nehme ich das. Wird dann eh Brienne bekommen. Die freut sich auch schon. So, Stilette. Okay. Königslattich. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Riesiger Geldbeutel. Noch mehr Königslattich. Das ist mir sowas von lattich. Wirksamer Grünlattich. So, war's das mit Kräugern hier? Ich bin der Meinung, hier war auch noch eine Kiste. Da ist sie. Das sieht interessant aus. So, ewiges East-Stick. Sehr schön. Irgendwelche Tränke. Die mir jetzt total wuchst sind. War hier hinten noch irgendwas Interessantes? Okay, hier war eine Mine. Da dürft ihr Mädels schürfen, wenn ihr wollt. Ja, das machen sie auch. Ganz brav. Zumindest eine. Lavastein. Wer ändert den Lavastein? Platinen-Klumpen. Und das hört sich an wie... Geht da mal rein, Mädels. Guckt mal nach, was da Krach macht. Ich hoffe, du hättest mich gefragt. Okay. Es ist viel stärker als ein gemeinsamer Goblin. Also diese Schildangriffe finde ich ja irgendwie grandios. Ich habe das noch nie ausprobiert, die Schildangriffe, aber... Hat sich ja dann doch irgendwie... Was ist das? War ich hier schon mal? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn ich hier schon mal so durchge... Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Liftstein. Will jemand den Liftstein mitnehmen, bitte? Ja, da lang so. Sehr gut. Ja, dann nehme ich ihn mit. So. Noch mehr Goblins hier hinten? Vielleicht? Was ist das? Spinnen. Okay. Ich glaube, irgendwas Wichtiges war ich hier dann nicht mehr. Ich glaube, hier war noch... Eine Kiste. Kettenpanzerarmschutz. Darf irgendjemand mitnehmen, wenn er möchte. Ich brauche ihn nicht. Wir können weitergehen. Für uns gibt es hier, glaube ich, nichts Interessantes mehr. Flasche mit Öl. Kommt immer zu Gute. Und weiter geht es nach unten. So, hier oben war auch eine Kiste. Und ich weiß nicht, enthielt sie nur Gold oder... Ach, hier. Der Riesenschatz. Nein, da gab es noch was, ne? Noch mehr Geld. Und da ist die richtige Kiste. Gepanzertes Wams. Uff, naja. So, wir können wieder. So, hier wollte ich heute dann tatsächlich ankommen. Und gucken, was wir... Wir haben ja noch einen Mondstein. Oder diese Mondjuwel oder sowas. Und es gibt hier etliche Türen. Etliche Türen. Aufgemacht habe ich bisher eine einzige. Und ich würde mal sagen, wir machen dann die nächste jetzt auf. Weil ein Edelstein habe ich ja noch. Wo die anderen Edelsteine sind, weiß ich nicht. Ich habe bisher nur zwei gefunden. Zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Zwei, glaube ich. Und welche Tür machen wir denn auf? Weiß ich auch noch nicht. Ich würde mal sagen, vielleicht die, die am weitesten weg ist. Am schwierigsten zu erreichen. Vielleicht da? Weil letztes Mal habe ich einfach so quasi blind eine genommen. Und habe da unten eine genommen. War ein schöner Bogen drin. Der so auch gut zum Einsatz kommt. Wobei mein rostiger Bogen... Ich weiß nicht. Also jeder hat so seine Vorteile. Der Feuerbogen hat seinen Vorteil. Und der rostige hat seinen Vorteil. Ist da überhaupt was? Ich gucke mal am besten danach. So, das fiel mir gerade so ins Auge. Weil da halt das leuchtet. Also vielleicht versuchen wir mal da irgendwie hinzuklettern und was zu machen. Das machen wir aber dann aber in der nächsten Folge. Bis hierhin würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis bald. Bis bald.